hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 single projekt auf der schönfest brumme ich habe mir gedacht ich werde jetzt die kartoffeln verkaufen waren und zwar mit unserem schönen mp-trag von pommes fritz liebe grüße gehen an uns raus mach weiter so ich freue mich schon auf deine neue weitere mods und zwar wir gehen jetzt die kartoffeln zur getreide mühle für 364 verkaufen los geht's schmeiß an die hütte es wird sich ja gewünscht ihnen an sich zu fahren so habe vergessen das hat wieder anzumachen so tut mir leid weiter geht es so ja dann gehen wir jetzt mal alles verkaufen was wir im lager haben und dann schauen wir weiter und schauen wie viel das bringt so stopp schild natürlich ja das geht sie aus so und weiter geht's so kommt sie weg wir haben jetzt an 31.000 liter kartoffeln drin ich habe natürlich das doppelte gewichts mod drin deswegen ist das auch so schwer aber das schafft er schon unser cooler mp-trag vielen vielen lieben dank an pommes fritz der uns den schönen mp-trag in den ls 19 geholt hat und umgebaut vielen 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 lieben dank Vielen Dank. Ja, Sound is halt abnormal. Cool. So. So. Oh, das bringt schon einiges an Geld. 11.284 Euro, das ist echt gut. So, dann werden wir den nächsten Hänger holen. So. 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 toll jetzt kann ich hier umdrehen auch mein mann 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 aber das macht ja nix wir haben ja einen starken mp pack der 53 fährt so dann gehen wir da den nächsten hänger holen und verkaufen und dann kann es weitergehen wupala jetzt habe ich die falsche taste gedrückt an meinen controller na mann ja ja tut mir leid damit ich ihn zurücksetzen musste aber ich kann nichts dafür so und um leuchte an und weiter geht's niemand hat was gesehen so 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 jetzt rückwärts ran fahren und weiter geht's so 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 dann gehen wir den und den nächsten verkaufen und ja dann sehen wir mal wieviel geld wir zusammen bekommen nur mit alleine mit den kartoffeln und dann sind noch die zu so 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 motion so 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 ne so Äh, hát kann ich es sehen. 10.000. Ja, so kann man es sich leben lassen. Ja, so kann man es sehen. 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 So. So. Oh, oh. So kann man es sehen. So kann man es sehen. So. So. Jetzt gibt es nochmal Geld. So. Okay. So. So.